Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute schauen wir uns ein paar japanische Weins an. Ihr seht, wer hockt denn da? Das ist die Xenia. Wie kommst du denn hierher? Äh, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Das weiß keiner. Das weiß keiner so wirklich. Es kommen einfach ab und zu Kollegen Leute an meiner Tür. Ich lasse sie einfach rein und dann sage ich, hey, komm, lass uns ein Video machen. Und deswegen geht's jetzt direkt los und du hast überhaupt keine Ahnung von Japan und von den japanischen Menschen und so weiter. Und umso mehr wirst du entsetzt sein. Und wir legen direkt los bei 3, 2, 1, let's go! Ja, okay, ich hab nix verstanden. Okay, das ist McDonalds-Zeug oder so? Alter. Ich bin die Kleine da im Hintergrund des Sleeves. Oh mein Gott! Okay. Oh! Oh! Okay! Ah, shit, Alter! Das war Min! Ich seh's! Oh! Oh! Das ist mit jedem Kind geil, ne? Ja. Was? Ah, ein Toastkatze, oder? Warum? Es ist eh! Warum? Warum? Es ist eh! Alter! Alter! Hallo, ich esse was. dementialime. Wells. Ah, kein Name. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber okay. Aber da sieht man mal, wie der Humor von Land zu Land sich unterscheidet. Ja, aber das ist Mobbing in allen Richtern. Was? Was? Ja! Alter! Sehr gut! Alter, das ist übel. Echt jetzt? Hat er nicht gemerkt? Wirklich? Warum in der Unterhose? Der ist jetzt. Tomo, mach's gut sein, meine Idee. Habe ich nicht verstanden. Oh mein Gott! Okay, ihr seht verwirrte Gesichter vor der Kamera. Was stoppt mit denen nicht? Ich habe auch keine Ahnung. Aber du siehst, dass sich das total unterscheidet von Deutschen zu Japanischen. Und das Schlimme ist, glaube ich, dass du es einfach noch nicht verstehst. Was die sagen. Wahrscheinlich ist einiges davon saulustig. Aber du bräuchtest eigentlich nur ein Titel. Ja, definitiv. Ja, naja, okay. Ansonsten soll ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Was gibt's da zu sagen? Okay. Alles klar. Ciao!